Hey Leute und willkommen zu wichtigen Gaming News, die uns auf diesem Kanal sehr interessieren. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, zu Xenoverse 2 und zu Jump Force, was 2019 erscheinen wird, am Anfang von 2019. Wir haben die Close Beta von Jump Force gespielt, verlinke ich als Playlist am Ende des Videos. Und auch Xenoverse 2 haben wir hart gespielt, auch die Playlist am Ende des Videos und vielleicht packe ich sie auch in die Videobeschreibung. Aber erstmal, um was geht es Leute? Es geht hier zum Beispiel, wie gesagt, um Dragon Ball Xenoverse 2. Das suchten wir hart auf Steam. Gibt es aber auch für die Playstation 4, für die Switch glaube ich auch schon und so weiter und so weiter. Und wir wissen alle, Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres, kommt der neue Broly Film. Oh ja und hier sehen wir ihn auch schon. Wunderschön, das ist der neue Broly und so wird der Xenoverse 2 aussehen. Hier nochmal schön innen gelb, diese leuchtende grüne Aura, die Haare dazu, mega nice. Hier klatscht er seinen Gegner richtig hart zu Boden und guckt es euch an. Ich habe so Bock drauf, wenn Broly in Xenoverse 2 erscheint, werden wir ihn auf diesem Kanal natürlich sofort zocken. Genauso wie Jump Force, wenn es erscheint, zocken wir es sofort. Also lasst schon mal ein Abo da, um nichts zu verpassen. Weiter geht es aber natürlich nicht nur, wie gesagt, mit Xenoverse 2 und Broly, sondern auch Jump Force. In Jump Force wurden zwei neue Charaktere geleakt, auch wie dieser Held hier, alles in der V-Jump, einer japanischen Zeitschrift. Aber wir hatten dazu nie Bilder. Jetzt haben wir von Bandanamco In-Game-Bilder, wie das Ganze aussehen kann, aussehen wird. Und jetzt auch noch, Leute, zu Jump Force. Und zwar Cell. Perfect Cell betritt das Schlachtfeld in Jump Force. Und ich freue mich mega. Ich finde Cell einfach hammergeil. Ich habe noch ein Bild dazu. Man guckt euch an, diese Grafik von Jump Force. Ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon. Die Closed Beta von Jump Force hat so Spaß gemacht. Ich habe so Bock drauf, das sofort reinzuspielen. Aber es kommt erst 2019. Aber nicht nur Cell aus Dragon Ball wird erscheinen in Jump Force, sondern auch Piccolo. Ja, Leute, unser Name Kiana Piccolo, auch in sehr schöner 3D-Grafik, auch beim Arm hier, wunderschön, in Jump Force. Hier nochmal ein wunderschönes Bild davon. Man guckt ihn euch an. Wir zoomen rein, Leute. Guckt ihn euch an. Das ist mega fucking nice. Auch die Finger hier, die Fingernägel, wie detailliert alles ist. Boah, Jump Force ist halt echt ein geiles Game. Ja, auch, ihr Mann, guckt es euch an, wie die Ohren glänzen. Wie der Hals glänzt, ne? Ich liebe es, ne? Cell auch, schau ihn in die Augen, Kleines. Cell ist auch mega nice. Wie er hier, ich glaube, das ist von Hunter x Hunter hier unten, wie er den verprügelt. Einfach nur mega, mega geil. Aber ich feiere, wie gesagt, auch sehr Broly hier. Mit seiner Attacke. Eieieieiei. Wird so Boden schmeißt und Leute. Leute, das wird mega geil in Jump Force. Das wird mega geil in Xenoverse 2. Und wie gesagt, beides werden wir uns hier am Kanal ansehen. Also, drückt das blöde Abo-Knöpfchen. Das kostet gar nichts. Werde Teil dieser geilen Community. Und freu dich darauf, dass wir diese gezeigten Helden hoffentlich sehr bald auch zocken können. Leute, auf der Endcard, nun, wie gesagt, die Playlist von Xenoverse 2 und die Playlist von der Jump Force Closed Beta. Gerne dazu nun eure Meinung in die Kommentare. Freut ihr auch auf Broly in Xenoverse 2? Und freut ihr euch auf Cell und Piccolo in Jump Force? Ich bin im Hype. Ich freue mich sehr und bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Leute, ich bin gespannt, was ihr sagt. Viel Spaß. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.